Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen eine Institution vorstellen, die für Sie als Konsument sehr wichtig ist. Wir haben als Gast bei uns im Studio Herrn Dr. Stoffel, Leiter vom SIH, also vom Schweizerischen Institut für Hauswirtschaft. Herr Dr. Stoffel, was ist denn die Aufgabe vom SIH? Wir testen hauswirtschaftliche Maschinen, Geräte und Verbrauchsgüter, die uns die verschiedenen Unternehmen freiwillig zur Prüfung einreichen. Und das SIH-Zeichen dürfen nur die Produkte tragen, die die Anforderungen von unseren Prüfprogrammen erfüllen. Wir sind für Sie mit der Kamera bei so einem SIH-Test dabei gewesen, und zwar das mal für Staubsauger. Hier sehen wir den SIH-Durlauftest. Der Staubsauger muss mindestens 300 Stunden einwandfrei laufen. Die Flexibilität des Schlauches und die Haltbarkeit der Verbindung zwischen dem Schlauch- und dem Rohransatz wird ebenfalls geprüft. Und das ist der Fadentest, ein Teil der praktischen Prüfung. 70 Bauholenfäden, 10 cm lang, werden auf einer Fläche von 0,7 Quadratmetern auf vier verschiedenen Teppicharten ausgelegt und eingewalzt. Und dann wird sie gemessen, was es braucht, um alle Fäden aufzusaugen. Dankeschön, Herr Dr. Stoffel. Jetzt habe ich noch eine Frage, die sicher alle Konsumenten interessieren wird. Stollen die Testergebnisse wirklich allen Leuten zur Verfügung? Selbstverständlich. Die Beratung der Konsumenten ist ein wichtiger Teil unserer Tätigkeit. Telefonieren oder schreiben Sie uns an die Adresse? SIH, Postfach 8045 Zürich, Telefon 01 66 39 44. Wir geben Ihnen gerne Auskunft über alle Produkte, die wir geprüft haben. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Publikationen, die Sie bei uns bestellen können. Nochmal vielen Dank, Herr Dr. Stoffel. Auch viele Haushaltprodukte von Coop werden beim neutralen SIH getestet. Wie zum Beispiel die beiden Satrab-Staubsauger. Der Satrab-Mistral, wo man das wichtigste Zubehör praktisch versorgen kann. Oder der besonders handlich Satrab-Aktiv. Beide Satrab-Staubsauger haben die hohen Anforderungen vom SIH-Test bestanden. Und jetzt gibt es den Satrab-Mistral und den Satrab-Aktiv-Staubsauger zu Preisen, die für diese Qualität einmalig sind. Schauen Sie auf die Plakate an der Schafeister. So, das wäre es gewesen für heute. Wir vom Studio danken fürs Zuschauen. Und wir geben jetzt weiter in die Coop-Laden für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Interessant, Satrab-Staubsauger gibt es jetzt beim Coop zu Jubiläumspreisen. Der Schlitten-Staubsauger Satrab-Mistral ist jetzt 50 Franken günstiger. Und beim Satrab-Aktiv sparen Sie jetzt 30 Franken. Und bis zum nächsten Zistig gibt es beim Coop ein Kilo Meteoris für nur 1,60. Ein Doppelbecher Tamtam Flan für nur 70 Rappen. Drei Dosen italienische geschälte Midi-Tomaten für nur 1,50 Franken. 10 Tulpen für nur 3,40 Franken. In allen Coop-Laden mit Blumenverkauf. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Liter Himbeersirup statt 3,45 Franken nur 2,90 Franken. 500 Gramm Brüsseler Chicorée für nur 1,10 Franken. Alle diese Angebote finden Sie ab morgen in allen 1'400 Coop-Laden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.